Was passiert, wenn ich meinen Altersrentenantrag zu früh stelle? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe so eine Anfrage reinbekommen zum Thema, wann soll ich denn bestenfalls meinen Rentenantrag stellen? Ich möchte in Altersrente gehen diesen Jahres und zwar im letzten Quartal 2023. Kann ich also jetzt schon im Januar oder im Februar oder im März meinen Rentenantrag stellen? Also im Grundsatz sagen wir eines, es macht Sinn, den Rentenantrag auch aufgrund der personellen Überlastung in der gesetzlichen Rentenversicherung sechs Monate vorher zu stellen. Also unsere Erfahrung ist, dass sechs Monate vorher überhaupt gar kein Problem sind. Wir haben es bis heute nicht erlebt, dass eine gesetzliche Rentenversicherung, sei es die Deutsche Rentenversicherung Bund, irgendwelche Regionalträger oder die Knappschaft Bahnsee hier die Rentenanträge dann zurückgewiesen hätte. Aber es kann natürlich sein, wenn Sie jetzt sechs, sieben, acht Monate vorher, also sieben, acht Monate vorher den Rentenantrag stellen, dass dann die Rentenversicherung sagt, okay, wir weisen den Rentenantrag als verfrüht zurück. Aber es gibt nirgendwo im Gesetz eine Regel, wann, zu welchem Zeitpunkt Sie eigentlich den Rentenantrag vor Rentenbeginn zu stellen haben. Das steht nirgendwo im Gesetz. Also ich habe bis jetzt dazu nichts gelesen. Vielleicht kann mir ja mal einer von Ihnen sagen, ob es dazu eine entsprechende Regelung gibt. Sie wissen ja, wir lernen viel im Leben und wir möchten natürlich auch weiterhin einiges dazulernen. Aber ich habe bis heute nirgendwo etwas dazu gefunden, dass ein Rentenantrag zu früh gestellt sein könnte, höchstens eher zu spät. Das kann schon sein, aber zu früh, da habe ich zu nichts gelesen. Also letzten Endes könnte man sogar gegen die Zurückweisung des Rentenantrags Widerspruch einlegen, um das ganze Verfahren offen zu halten. Und wenn man dann in der sechs Monatsfrist oder drei Monatsfrist vor dem Rentenbeginn ist, lebt ja sozusagen der Rentenantrag wieder auf. Denn man hat ja ein Problem, das muss man sich auch mal klar werden. Wenn der Rentenantrag wegen zu früh zurückgewiesen wird, dann muss ich ja, wenn ich den Rentenantrag dann später nochmal stelle, nochmal alles neu ausfüllen. Ja, darauf muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich, da gebe ich Ihnen völlig recht, überhaupt gar keine Lust. Also meine Damen und Herren, vielleicht können Sie mir ja sagen, ob es eine Variante gibt im Gesetz, dass ein Rentenantrag zurückzuweisen ist, weil er zu früh gestellt wird. Also auf die Rechtsgrundlage bin ich wirklich mal gespannt. Man lernt ja nicht aus im Leben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel